Ich bin in Husum groß geworden. Ich bin an der Küste aufgewachsen, hab mit den Jungs am Deich Fußball gespielt und war eigentlich immer am Wasser. Ich kann gar nicht genau sagen, was es ist, aber irgendwas macht das Wasser mit dir. Wer hat schon so Glück, dass er seine Zutaten bei Freunden und Bekannten beziehen kann? Ob das nun das Fleisch vom Schlachter um die Ecke ist? Oder die saisonalen Produkte hier aus der Region. Das alles kriege ich auf meinem kleinen Wochenmarkt in Husum. Der Bezug zu meiner Heimat steckt so tief in mir drin, dass ich das auch gerne meiner Arbeit widerspiegeln möchte. Wenn das Wetter im Winter so richtig derbe wird und alles noch gemütlicher wird, dann rückt man hier noch näher zusammen. Ich genieße dann die Zeit neben der Arbeit in unserem kleinen Kino, bei einem Spaziergang am Hafen oder wenn die Wellen am Doku brechen. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Wenn ich mit dem Auto Richtung Heimat fahre und das Land langsam platter wird, wenn ich die ersten Schafe auf den Feldern sehe und endlich zu dem Ort komme, wo ich mich am wohlsten fühle, dann weiß ich, das ist meine Nordsee. Das ist mein Zuhause. Ja. Das ist mein Zuhause. Das ist mein Zuhause. Es ist meine Liebe.